Ich glaube, dass wir auf eine Hoffenheimer Mannschaft treffen werden, die ein Konkurrent ist, ein Klassenerhalt, die für meine Verhältnisse zu Unrecht unten drin steht, vom Personal her, aber auch von der Infrastruktur unter ihren Möglichkeiten spielt und jetzt natürlich riesen Druck hat, gegen uns gewinnen zu müssen. Wir können alles aufbieten, bis auf Jogi Garic, der leider verletzt ist, den werden wir ersetzen müssen. Ansonsten sind alle Spieler einsatzbereit und wollen diese große Herausforderung auch annehmen. Wenn man die Qualität sieht, die im Hoffenheimer Kater ist, dann weiß man auch, wie schwierig das für uns werden wird.